Yo Leute, Bariku hier und damit willkommen zu einem neuen Video und ich möchte heute über Mushoku Tensei Jobless Reincarnation schwärmen, denn dieser Isekai Anime hat mich verdammt nochmal nach den ersten 5 Episoden abgeholt, aber so richtig. Ein Video nach dieser Art habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht, aber es gibt ja bekanntlich für alles ein erstes Mal und deshalb würde ich jetzt sagen, starte ich gleich direkt rein, doch bevor ich das mache, mache ich noch einmal ganz kurz Eigenwerbung und informiere dich, ja genau dich, dass es super cool wäre, wenn du einfach mal dein Abo dalässt und auf den Daumen nach oben drückst. Und tatsächlich endet damit die Eigenwerbung auch wieder und wir fangen direkt mal ganz vorne an und klären, worum es überhaupt in dem Anime geht. Dreimal dürft ihr raten, was zu Beginn passiert. Richtig, unser MC stirbt und wird wiedergeboren. Welch origineller Einstieg für ein Isekai Anime, findet ihr nicht? Aber immerhin wird unser MC nicht irgendwie als ungewollter Held oder als Spinne wiedergeboren, sondern als Baby. Er darf also diesen kompletten Restart machen und das macht er dann auch. Natürlich erinnert er sich noch an alles aus seinem vorherigen Leben, also vielleicht doch kein kompletter Restart, aber so fast. Und nun ja, und es gilt jetzt erstmal gewisse Komplexe, die sich in seinem vorherigen Leben angestaut haben, zu überwinden. Durch die Hilfe von seinen Freunden und seiner Familie schafft er das dann auch und kann nun wirklich zu einem neuen Menschen werden. Und wir begleiten ihn auf diese Reise durch eine komplett neue Welt. Und seine neue Welt ist natürlich nicht irgendwie zaghaft, wenn es um die ein oder andere Sache geht, die das Herz des ein oder anderen Otakus schneller schlagen lässt. Also in der Welt scheint es wirklich alles mögliche zu geben, was das Herz begehrt. Ich meine, es gibt Tiermenschen, es gibt Elfen, es gibt Dämonen und natürlich nicht zuletzt auch Magie. Und auf diese Magie möchte ich jetzt auch zu sprechen kommen, denn mir gefällt die Art und Weise, wie der Anime damit umgeht. Unser Protagonist steht schnell zum ersten Mal auf den Einsatz von Magie und sofort ist sein Interesse geweckt. Also nimmt er sich ein Zauberbuch, versucht die Sprache zu lernen und beginnt damit zu experimentieren. Und da sehen wir zum Beispiel schon, dass es recht realistisch ist, dass er direkt mal die Sprache erlernen muss, weil die Sprache für ihn natürlich komplett neu ist. Zunächst einmal scheint es so, als müsste man den Zauberspruch aussagen und dann, mit dem genügenden Talent, kann man den Zauberspruch auch wirken. Doch schnell bemerken wir dann, dass unser Protagonist das Ganze auch ohne Zauberspruch hinbekommt. Da deckt er dann beispielsweise direkt einmal ein Irrtum aus dem Zauberbuch auf. Außerdem widerlegt er noch eine weitere These aus dem Zauberbuch, nämlich, dass das Potenzial bereits vor der Geburt feststeht. Das kann man so nämlich auch auf unser echtes Leben übertragen. Denn er findet heraus, dass man durchaus an sich arbeiten kann und seine Magie dadurch besser wird. Diese Herangehensweise gefällt mir echt gut, weil er dadurch aufzeigt, dass man an sich arbeiten muss und dann auch Erfolg in dem haben kann, was man macht. Das gilt natürlich für seine Welt, aber das gilt eben auch für unsere echte Welt. Man muss an sich arbeiten und dann kann man in gewissen Bereichen besser werden. Von dem her finde ich es ganz gut, wie er diese Botschaft vermittelt. Nach reichlichem Training bekommt er dann sogar einen Sensei oder vielmehr eine Magistra. Denn natürlich, wie sollte es auch anders in einem Isekai-Anime sein, sie ist natürlich eine Frau und sorgt für den nötigen Fanservice. Denn der darf ja nicht fehlen. Sie bringt ihm noch weit mehr über die Magie bei, erklärt uns beispielsweise die verschiedenen Ränge eines Magiers und so weiter. Den Rest habe ich ja schon erklärt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und versteht mich gar nicht falsch. Das Magie-System ist jetzt nichts, was man nicht schon einmal gesehen hätte. Aber es gefällt mir dennoch echt gut, denn es erfüllt bislang perfekt seinen Zweck. Vor allem aber gefällt mir die ganz klare Strukturiertheit, die hier an den Tag gelegt wird. Denn ich mag es, wenn es Maßstäbe gibt, an denen man sich orientieren kann. Denn es gibt andere Isekai-Anime, da gibt es so etwas nicht. Und da werden öfter Sachen aus dem Hut gezaubert. Und davon bin ich nicht gerade der größte Fan, um das mal so ganz sachte auszudrücken. Hier scheint es aber anders zu sein und das finde ich sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so, aber ich gehe mal davon aus, denn bis jetzt ist der Anime wirklich konstant gut. Und ich gehe nicht davon aus, dass sich das noch ändern wird. Und auch abgesehen von der Magie bietet uns der Anime noch einiges mehr. Denn auch der Cast gefällt mir echt gut. Natürlich wird Fanservice im Cast groß geschrieben, aber nicht ganz so groß wie in anderen Isekai-Titeln. Es hält sich die Waage und die Charakter sind durchaus interessant, auch ohne Fanservice. Allgemein gehört beim Isekai-Genre mittlerweile Fanservice vom guten Ton dazu. Das ist gar keine Frage. Und man kann das gutheißen oder auch nicht. Wie dem auch sei, hier ist Fanservice vorhanden, nur stört er die Geschichte nicht. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn man sich Fanservice zunutze macht, um zum Beispiel eine größere Fanbase anzulocken, solange es die Geschichte im eigentlichen Sinne nicht stört. Und das passiert hier nicht und von dem her habe ich da gar nicht groß was einzuwenden. So denke ich zumindest und deshalb finde ich den Fanservice in Dropless Reincarnation auf jeden Fall vollkommen okay. Auch wenn ich persönlich, was man sicherlich gerade schon rausgehört hat, nicht der größte Fan von Fanservice bin. Denn es kann wirklich stören in der einen oder anderen Geschichte. Und damit würde ich sagen, können wir den Fanservice-Teil jetzt auch beenden und können noch einmal gezielt über den Cast reden. Denn es werden zum Beispiel auch ernste Themen wie Fremdgehen angesprochen. Denn der Daddy unseres MCs ist ein ziemlicher Stecher. Was das aber für Folgen auf die Familie hat, wird stark thematisiert und zeigt uns das Ganze noch einmal von einer anderen Perspektive. Allgemein finde ich es stark, dass die Charakter Fehler haben und mit den Konsequenzen dieser Fehler leben müssen. Das zeigt uns nämlich auch, dass die Geschichte durchaus realistische Maßstäbe besitzt, obwohl sie in einer Anime-Fantasy-Welt spielt. Was würde ich damit sagen? Eigentlich ganz einfach. Man könnte die Folgen für den Vater auch komplett ignorieren oder es als eine einfache Art von Comedy oder etwas dergleichen abtun. Das würde in dem einen oder anderen Titel auch gemacht werden. Doch hier wird das nicht gemacht und im echten Leben würde das auch nicht gemacht werden. Wir sehen also, dass obwohl wir von einem Fantasy-Iseke-Anime sprechen, er gewisse Themen durchaus realistisch behandelt. Und das zieht sich eben bislang auch durch die Serie und gefällt mir wirklich gut. Aktuell finde ich auch die Entwicklung unseres Protagonisten echt interessant und bin schon gespannt, in welche Richtung sich seine Geschichte noch so entwickelt. Denn aktuell baut er sich ja so eine ganz neue Gruppe auf, lernt erstmal neue Leute kennen, was ja für uns, aber auch für ihn eine neue Erfahrung ist. Und dementsprechend bin ich schon mal gespannt, was sich da noch so für Geschütze in seinem Gespann verlieren. Nein, aber mal im Ernst, ich freue mich wirklich auf die nächsten Folgen und bin gespannt darauf, was noch so passieren wird. Ich überlege aktuell sogar den Manga anzufangen, doch es gibt etwas, was mich davon bislang erfolgreich abhält. Und zwar die Bomben-Animationen, denn ich hätte verdammt nochmal nicht damit gerechnet, wie gut dieser Anime aussieht. Aber was der Anime da abliefert, ist für mich wirklich ein Grund, den Anime Woche für Woche blind zu verfolgen und so werde ich es vermutlich auch tun. Und nicht nur die Animationen selbst, sondern auch der Artstyle, die Farbauswahl und so weiter, das alles gefällt mir im Anime wirklich gut. Was so ganz nebenbei auch noch erwähnenswert ist, ist, dass der Anime bereits auf Deutsch übersetzt wird und da ebenfalls eine Folge wöchentlich kommt. Die hängen auch nur zwei Folgen hinterher, was schon wirklich extrem krass ist, wenn ihr mich fragt. Man könnte jetzt denken, dass es irgendwie daran liegt, dass die deutsche Synchro ziemlich gerusht ist und deshalb nicht ganz so gut klingt. Doch im Gegenteil, ich habe den Anime angefangen auf Deutsch und ich muss sagen, mir hat die Synchro wirklich gut gefallen. Also da muss man Shoutouts an das Team rausgeben, denn die haben in einem ziemlich schnellen Tempo eine ziemlich gute Synchro abgeliefert, wenn ihr mich fragt. Ich meine, hört da sehr gerne mal rein, wenn ihr deutsche Synchro-Fans seid, kann ich nur empfehlen. Und nun ja, ihr hört schon, mir gefällt der Anime ziemlich gut und deshalb werde ich jetzt auch rüber auf Wakandim geben und mir gleich direkt die neue Folge von Mushoku Tensei gönnen. Denn zufällig kommen die neuen Folgen sonntags um 17 Uhr online und wie ihr seht, ist gleich 17 Uhr, zumindest wenn ihr dieses Video hier bei Release anguckt. Wenn nicht, denn der eine oder andere wird sich das Video sicherlich auch zu einem späteren Zeitpunkt angucken, geht es hier noch zu weiteren Videos von mir. Die kann ich euch natürlich auch nur wärmstens empfehlen. Dennoch, der Link zu Wakandim ist in der Videobeschreibung verlinkt, falls jemand den Anime vielleicht noch gar nicht gesehen hat oder sich jetzt die neuen Folgen geben möchte. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, denn ich kann diesen Anime nur wärmstens empfehlen. Dann würde ich sagen, mir bleibt jetzt noch zu sagen, dass ihr den Kanal hier noch abonnieren könnt. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ciao und bis zum nächsten Mal. 1. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11.